Ihr Lieben, was könnte das wohl sein? Wir fragen mal den Olaf. Was sehen wir denn da gerade, Olaf? Ich würde sagen, das ist ein Ninja. Und warum zeigen wir euch genau diesen Ninja? Was könnte es wohl sein? Das könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass wir ab Samstag unsere Ninjago-Wochen im Oktober begrüßen bei uns. Ganz klar, denn alles wird im Zeichen der Ninjas sein. Du kannst Teil der Vukru werden und kannst natürlich viel, viel mehr erleben. Wir haben unten ein Laserlabyrinth und wir haben ein Geschwindigkeitsparcours. Und wir bauen natürlich ganz, ganz viel mit euch. Und das ist ja ein riesen Ninja. Stellt ihn mal daneben, Olaf, damit die Kinder mal sehen, wie groß der eigentlich ist. Seht ihr, der ist größer als der Olaf. Und wissen wir, aus wie vielen Steinen der besteht, Olaf? Der ist aus ungefähr 120.000 Steinen gebaut worden. 120.000 Legosteinen. Ich zoome mal noch ein bisschen ran, damit ihr seht, das sind wirklich alles echte Legosteine, die ihr auch zu Hause habt. Das heißt, ihr könntet diesen wundervollen Ninja auch nachbauen. Ich weiß nur nicht, ob ihr so viel Platz zu Hause habt. Also, am besten einfach bei uns vorbeikommen, oder Olaf? Genau. Vorbeikommen, abfotografieren, nachbauen. Supi, wir freuen uns auf euch. Tschüss!